da mal weiter darunter und darüber und darüber hüpft doch warum tut das nicht okay jetzt kommt doch bestimmt wieder was wo ich aufs maul hauen soll da hinten liegen auf jeden fall bubbles und zweimal heilung es war so klar kamera kamera dreh dich mal danke alter alter Auf den da, genau Oh, das hört sich an, jetzt können wir noch was Oh nein, oh nein Moment, Moment Haha Ja, jetzt lass mich mal da rüber, ich bin mal dem da Au So Ich will erst nicht da, komm So Das ist immer wieder interessant, wie der die auseinander nimmt Dann noch dichter, komm Wahrscheinlich auch kein Gehunter mehr So Och, da kommt noch einer von hinten Zack Noch einer Vier Okay Oh, falsch Oh, alter, das sah gut aus Wie auch immer ich das gemacht hab So So Nein, nein, nein Ich komme, Trap Aber was zum Einsammeln Nicht Oh Ja, die sind wirklich die Wahl Könnte ich mal ein bisschen Luft holen hier Das wäre nicht Fest Alter, alter Entlässt du es War hier noch leben, 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 nein, hier war kein Leben mehr, verdammt, ich habe ein Problem Ähm, alter Gut, dass ich hier jetzt nicht so steuern ließ, wie ich das wollte Hier ist weniger Platz, hier könnt ihr mich nicht umziehen, oder vielleicht doch So, den weg, jetzt ganz schnell, bevor der andere mir in den Rücken haut Okay, der andere haut mir nicht mehr in den Rücken Das war knapp, da oben ist eine Vision Habe ich jetzt Verbindung zu Trip? Nein Wie komme ich an die Vision? Ich will an die Vision Lauch Nein, so nicht Ähm Ah, da hinten kann man hochklettern, okay Hier kann man hochklettern Ich will nur eben meine Vision abholen Ähm Wenn ich auch keine Ahnung habe, wie Ah, hier hoch Dann nach da Dann nach da Dann hoch Und hoch Und hier war klar, dass hier wieder was Ich bin noch nicht ganz geheilt, Mensch Alter Und damit, ne, sind die anderen noch nicht weg, aber So, einmal Zweimal Na, gehst du kaputt Und Du auch noch, komm Zack So Wo ist jetzt meine Vision? Da unten sind Bubbles Theoretisch hier unter mir Oder so Fragt sich nur Ja Okay Eine Bergsäger-Vision Ähm Komme ich da nochmal hin? Weil da liegen noch Bubbles Ja Warum habe ich die eben nicht mitgenommen? Keine Ahnung Ja 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 Nochmal Dadurch Ich weiß Und hier kann ich jetzt Wo komme ich denn jetzt hier weiter? Zu hier Äh Da lang? Nein Nein Nochmal hier hoch Hm Achso Und dann darüber springen Okay Und 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 Da auch noch was? Ja Muss ich die Tür aufmachen? Nein Oh Dann kletter ich halt weiter Ah Ah Errungenschaft freigeschaltete Brücke in die Ferne Kriegt ihr jetzt gerade nicht angezeigt wahrscheinlich Aber egal Kapitel 7 Trip finden Heilige Scheiße Sie sind alle tot Trip hörst du mich denn nicht Trip Trip warte Also zumindest kann ich sie jetzt wieder ranzoomen Und mir somit anzeigen lassen wo sie ist Ähm Oder auch nicht Jetzt geht es nämlich nicht mehr Es ging nur gerade kurz Na Alles einsammeln Bitte Auch guck mal Sonnenschirm Mit Bubbels runter Cool Hier setze ich mich Komm Na Na Wie setze ich da hin Na okay Ich kann mich nicht setzen Aber Aber Nette Aussicht Also da mal Ein bisschen zu sitzen Und das schöne Wetter zu genießen Könnte ich mir durchaus vorstellen Da kann man hochklettern Okay Machen wir das Machen wir das Hoppa Aber ist schon ein komisches Lager Leicht verkoppelt würde ich sagen Schon ein komisches Lager Dass man hier auch so klettern muss Und so Mit den Brücken Und Schaltern und so Das ist ja noch nachvollziehbar Aber das Klettern Oh Süße Du wirst deinen Vater nicht finden Was macht sie denn Ich brich ab Also die ist im Moment Voll daneben Oder Was macht sie jetzt Da bleibt sie anscheinend Und ich muss hier jetzt Selber klarkommen Weil Ich kann hier keine Befehle geben Nichts Na gut Ach da unten ist auch einer Na gut Der ballert aber nicht hier hoch Oder Oh 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 Ja 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 Komm Hoch Ähm Gut dass ich den jetzt nicht sehe Von hier aus So Und Bämst Warum bleibt er nicht Im Zielfeld stehen Verdammt So Noch einer Noch einer Weil mit dem Ding in der Hand Kann ich leider sonst nicht viel machen Ich werde das wohl ablegen müssen Wenn ich weiter will Und kann es dann auch nicht wieder hochheben Ne Okay runter Wo willst du einen sammeln Ähm Da auch noch Äh wir haben Alter 140.000 Typ Du kannst mich gleich ganz ordentlich aufrüsten Wenn du dich mal irgendwann mal wieder eingekriegt hast Es muss doch jemand am lieb sein Nein Chip beruhige dich langsam Ich kann hier immer noch nichts sagen Hopp 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 Und wir aufs Maulauern Komm Nein Trifft der da oben nicht Ich hoffe nicht Er trifft mich Er trifft mich Ich hab da hinten Bummel übersehen Verdammt Da ist noch ein Bummel Hörst du mich denn nicht? Der da über mir macht mich jetzt so ein bisschen nervös Wo ist denn der? Da unter mir sind wieder Bubbels Trip Warum machen die sowas? Warum machen die sowas? Ja Das sind nichts Ach ne Hä? Hallo? Hallo? Kamera Achso das ist ein Cut Szene Okay Super Da hinter mir sind nur ordentlich Bubbels Ich dachte gerade da hätte noch einer von irgendwo geschossen Hörte sich für einen Augenblick so an So 148.900 Mein lieber Mann Leben braucht man nicht Hopp Hat man noch irgendwas vergessen? Ne ich glaube nicht Wo lang? Da lang? Und dann? Wie ist denn Trip dahin gekommen wo sie ist? Das ist Moment Auch hier bestimmt das Ding da oder? Ne Hä? Fallen lassen geht auch nicht Ach Okay Das war aber jetzt Ne? Zufall Gesundheit voll Okay Und warum hat sich die Musik jetzt wieder ein bisschen ins dramatische Gewinde? Deswegen Okay Okay